In einer pulsierenden Metropole wie Berlin, wo jeden Tag Millionen Menschen von A nach B wollen, kann es manchmal auch ganz schön stressig zugehen. Besonders in der schönsten Zeit des Jahres, an Bayern. Denn die Vorweihnachtszeit in Berlin ist oft alles andere als gesiegt. Stress, gegen den manchmal nur eines hilft. Na, wieder mal was zum Runterkommen. Zum Glück haben wir da ein gutes Mittel gefunden. Mit anderen Worten, richtig gutes Zeichen. Denn dem aus den Samen der Cannabispflanze gewonnenen Hanföl wird eine entspannende Wirkung nachgesagt. Und im Gegensatz zum berauschenden Wirkstoff THC, ist es völlig unbedenklich. Und das Zeugs, das ist nicht nur richtig gut, sondern auch komplett legal. Und deshalb gibt's gegen den ganzen Weihnachtsstress jetzt ein Ticket aus Esspapier, mit dem du deinen ganzen Ärger einfach runterschlucken kannst. Das Handticket. Das Ticket, was dich nicht nur heimt, sondern vielleicht auch ein bisschen runterbringt. Unseren Stoff bekommst du nicht etwa im Girlie oder von irgendwelchen Obst-Taxis, sondern in den Kundenzentren der BV-Games. Na, willst du ein Tütchen? Echt jetzt? Echt jetzt? Aber eure Tüten sind bei uns nach wie vor tabu, ihr Flitzpiepen. Diese jungen Leute. Davon kommt Heiligabend zwar nicht früher, aber ihr in der stressigsten Zeit des Jahres vielleicht mal wieder ein kleines bisschen runter. Wie breit ist der denn? Oh Gott!